So, jetzt gibt es noch ein bisschen was für die Hände. Mit denen müsst ihr nämlich beim Motorradfahren eine ganze Menge machen. Und da gibt es jetzt mal die Top 5 Neuheiten für 2022. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ihr macht mit den Händen beim Motorradfahren eine ganze Menge. Also logischerweise den Lenker halten, bremsen, kuppeln, Blinker bedienen, aber vielleicht auch mal das Visier auf oder das Kommunikationsgerät bedienen. Und das muss irgendwie alles funktionieren. Und diese Handschuhe, die ich heute mitgebracht habe, ich glaube, die können das ganz gut. Denn die sind in allererster Linie so ein bisschen für die warme Jahreszeit und dementsprechend schon mal gar nicht so dick. Und haben dementsprechend auch ein sehr, sehr gutes Griffgefühl. Ausprobieren müsst ihr das immer selbst. Und wenn ihr merkt, wenn ihr in einen Handschuh reinschlüpft und es drückt und zwickt irgendwas, dann lasst es bleiben. Das wird definitiv nicht besser. Kommen wir zum ersten Handschuh. Das ist ein alter Bekannter. Das ist der Held Airstream 2. Und der heißt bei uns auch noch LE, nämlich Louis Edition. Den bekommt ihr tatsächlich nur bei uns. Es gibt auch schon ein Nachfolgemodell. Aber genau das hier bekommt ihr nur bei Louis. Und das ist auch ein bisschen tourentauglicher als sein Nachfolger. Weil die Stulpe nämlich zum Beispiel ein kleines bisschen länger ist. Was zeichnet den aus? Das ist ein Handschuh komplett aus Ziegenleder. Ein Ziegenleder bedeutet, dass das Ding einfach eine extreme Griffigkeit hat. Das ist ein butterreiches Leder. Und zwar schon von Anfang an. Aber es wird natürlich mit der Zeit auch noch ein kleines bisschen geschmeidiger. Also ihr werdet diesen Handschuh auch noch eintragen. Dann kriegt er vielleicht von euch noch ein bisschen Pflege. Was ich euch definitiv ans Herz lege. Und dann wird er wirklich noch richtig, richtig weich. Auf jeden Fall ist es ein reiner Schönwetterhandschuh. Das heißt, dass er hier eine ganze Menge so Textilanteil hat. Ein großzügiges Meshgewebe. Die Lederanteile sind auch noch perforiert. Also hier pfeift es einmal komplett durch. Und das ist auch der Sinn und Zweck der ganzen Nummer. Selbst durch diesen Knöchelprotektor dringt im Endeffekt auch noch ein kleines bisschen Luft ein. Voraussetzung dafür, dass das funktioniert, ist natürlich, dass ihr keinen großartigen Handschutz vor eurem Lenker montiert habt. Damit der Wind im Endeffekt auch eine Chance hat, an eure Hand ranzukommen. Auf der linken Seite von diesem Handschuh ist dann am Zeigefinger auch noch so ein kleiner Visierwischer dran. Das ist dann dafür, dass wenn ihr doch mal in den Regen gekommen seid, ihr euer Visier einmal von Regentropfen befreien könnt. Auf jeden Fall ein geiler, tourentauglicher Sommerhandschuh. Der nächste hat einen ziemlich geilen Namen. Der nennt sich nämlich Fox Bomber. Und der sieht schon aus wie so ein Crosshandschuh. Jetzt kommt das Aber. Diese Crosshandschuhe, die ihr vielleicht kennt, diese ganz, ganz dünnen, supergriffigen, ganz, ganz leichten Handschuhe. Das sind alles keine geprüften, beziehungsweise zertifizierten Motorradhandschuhe, die hier schon. Ja, knackig kurz geschnitten. Zusammengesetzt aus vielen verschiedenen Materialien. Was ihn extrem geschmeidig macht. Also der ist wirklich supergriffig. Carbon Knöchelschutz. Carbon macht schon im Stand schnell. Also mehr als das geht bei dem gar nicht. Und, und das ist sehr besonders für die, die dann, wenn sie anhalten, irgendwie der Freundin oder dem Freund gleich eine WhatsApp schicken müssen. Ihr könnt mit diesem Handschuh hier auch euer Smartphone bedienen. Denn hier ist so ein Touch mit eingebaut, damit das Ganze natürlich auch super funktioniert. Für den oder diejenige, die es braucht. Ansonsten Handschuhe ausziehen und dann geht's auch. Also, wie ihr seht, kurz und knackig. Das ist nichts für die lange Tour. Das ist nichts, wenn es kalt wird. Das ist wirklich für, was weiß ich, je nach Kälteempfinden, was 20, 25 Grad aufwärts. Aber dann ist das echt eine luftige Angelegenheit. Und, jo, selbst wenn ich das hier so ein bisschen simuliere, durch diese ganzen Perforierungen und durch den hohen Textilanteil kommt doch eine Menge Luft durch. Ich glaube auch zum Endurofahren ist ja ganz gut, ne? Weil da brauchst du ja eigentlich schon fast einen Crosshandschuh, wenn du auf wirklich unwegsamem Gelände unterwegs bist. Und das ist halt der, dann brauchst du nicht für die Straße einen anderen anziehen, sondern behältst ihn einfach an, ne? Genau, du hast hier im Endeffekt den Crosshandschuh, aber für die Straße, fürs Gelände, der sehr beweglich ist und wo du im Endeffekt den Lenker natürlich wunderbar im Griff hast. Das ist auch der Vorteil von diesem Wildledermaterial hier in der Innenhand, weil das natürlich dann am Lenker bzw. am Griff auch so richtig schön klebt. Also der Lenker bleibt einfach gut in der Hand. Sehr cool. Ja, und ich hatte ihn jetzt in Rot an und in Schwarz gibt es ihn auch. Auch zum nächsten Modell, das ist der Revit Mangrove. Mangrove, wie auch immer. Den finde ich extrem geil. Für die da draußen von euch, die auch auf Lederfreiheit stehen, der ist komplett lederfrei, dieser Handschuh. Also dem Grunde nach ein veganer Handschuh. Was Revit da an dieser Stelle besonders macht, ist wirklich diese kleine Schlaufe hier. Die finde ich sehr, sehr genial, weil das im Endeffekt so eine Anzug, so eine Reinschlüpfhilfe ist. Da könnt ihr also wirklich diesen Handschuh perfekt an der Hand fixieren. Der besteht auch aus verschiedenen Materialien, die auch extrem luftig sind. Und die maximale Luftigkeit von allen Handschuhen, die ich euch hier zeige, hat der hier vor allem auch am Protektor. Der sieht ein bisschen speziell aus. Ist aber auch der beweglichste von allen. Also gerade nochmal im Vergleich zum Held. Das ist natürlich hier ein durchgehender Knöchelschutz. Und hier, durch diese verschiedenen Strukturen und Elemente, ist das alles maximal beweglich. Also dieser Knöchelschutz kann immer mal so ein Kriterium sein, wenn ihr die Hand dann eben auch bewegt, wenn ihr diese Griffhaltung einnehmt, wo der unter Umständen dann auch drücken kann. Probiert das bitte unbedingt aus. Bei dem hier ist das alles flexibel und beweglich. Das ist richtig gut. Und hier kann im Endeffekt auch Luft rein, durch den Protektor. Sehr geil. Für mich aktuell, für mich persönlich, das heißt gar nichts, der bequemste. Sehr, sehr griffig, sehr, sehr taktil. Also das ist mal richtig, richtig gut. Und rein optisch auch ein bisschen ausgeflippt. Verschiedene Farben, verschiedene Materialien. Eigentlich sehr, sehr bunt und dennoch schlicht. Also ja, schaut, was euch da gefällt. Aber der hier, ja, mein persönlicher Favorit. Und übrigens auch mit Touchfunktion. Also auch hier könnt ihr direkt mit Handschuhen an von eurer Farb berichten. Den gibt es auch noch in zwei weiteren Farbvarianten. Einmal mit Neon und einmal in Schwarz. So, ich spreche es mal mit Absicht falsch aus. Dynasty. Natürlich nicht. Dainese heißt die Firma. Und das hier, das Modell nennt sich Mic 3. Ein Handschuh, der an der Oberhand Rindleder hat. Und an der Unterhand Wildleder, was ihn auch wieder extrem griffig macht. Ja, und auch den zeichnet aus, dass hier ein großer Anteil Mesh verarbeitet wurde. Es geht hier um hohe Temperaturen. Es geht hier um Luftigkeit. Und es geht vor allem aber eben auch um Griffigkeit. Und auch der kennt das von Anfang an richtig, richtig gut. Also das heißt, der ist schon wirklich weich. Der wird mit der Zeit natürlich auch noch ein bisschen nachgeben. Aber hier macht, glaube ich, das Fahren schon von Anfang an sehr, sehr viel Spaß. Hier habt ihr auch einen natürlich Knöchelprotektor aus Kunststoff. Der ist so ein bisschen zweigeteilt. Das macht ihn auch schon wieder beweglicher als einen durchgehenden. Ja, die Stulpe ist ein kleines bisschen länger als, also gerade im Vergleich zu diesem Fox hier. Der ist also deutlich, deutlich kürzer. Da wird es auf jeden Fall mehr in die Jacke reinziehen. Hier, je nachdem wie lang eure Jacke ist, habt ihr da noch ein bisschen den Schutz durch diese Stulpe des Handschuhs. Ja, und den gibt es eben auch mit ein bisschen auffälligen Farben hier. Auch mit Touchfunktion. Also dem Handynachrichtenschreiben steht auch hier überhaupt nichts im Weg. Auch den gibt es in weiteren Farbvarianten. Und die letzte Neuerung für heute, der DL GW8. Ja, auch wieder ein etwas kryptischer Name. DL für Detlef Lewis. GW Gloves Handschuhe. W Woman. Denn das hier ist ein reiner Damen Handschuh. Das hier ist insofern besonders. Der ist jetzt gerade im Gegensatz zu allen anderen hier überhaupt nicht perforiert. Ich passe auch nicht rein, deswegen zeige ich euch den so. Der hat ein ziemlich cooles Innenleben. Das sieht hier so ein kleines bisschen aus wie so eine Picknickdecke. Aber es ist eben auch ein sehr, sehr klassischer Handschuh. Und von wegen klassischer Handschuh, das Außenmaterial, das Textil hier auf der Außenseite, das ist auch noch leicht gewachst. Und das heißt, der Handschuh ist nicht wasserdicht, aber er ist zumindest wasserabweisend und auch ein bisschen winddicht. Also das ein Damen Handschuh ist für das Klischee. Wenn die Damen ein bisschen mehr frieren sollten, der Handschuh ist da ziemlich gut für. Ist kein Winter Handschuh, also dafür reicht er dann eben nicht. Aber so für die Übergangszeit und wenn es selbst im Sommer abends ein bisschen kühl wird, perfekt. In der Innenhand natürlich auch Leder und auch das ist mangels Innenfutter. Sehr, sehr griffig, sehr, sehr weich. Der ganze Handschuh ist sehr, sehr weich. Also das hier ist für die Dame ein perfekter Handschuh zum draußen rumfahren. So, das waren jetzt die Top 5 Neuheiten für 2022. Da kommt noch deutlich mehr im Laufe dieses Jahres. Und ich habe es auch schon mal erwähnt, probiert bitte Handschuhe aus. Das darf nicht zwicken, das darf nicht drücken. Ihr müsst wirklich, ja, immer gut greifen können. Ich glaube, fast in jeder Louis Filiale steht irgendwo ein Probesitz Motorrad rum. Und setzt euch da ruhig drauf und probiert am Lenker dann aus, ob ihr mit einem Handschuh gut greifen könnt. Das ist wichtig. Und wenn es die hier nicht sind, die euch passen, wenn es die Neuheiten nicht sind, die dann 2022 noch kommen. Wir haben eine Menge im Handschuhregal hängen. Probiert es doch einfach mal aus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.